Das ist all we are safe! Wahnsinn! Ihr seid der Wahnsinn! Hallo, blauen! Der Wahnsinn! Also, weil es euer Ziel war, mich schon in den ersten paar Minuten zum Pflänzen zu bringen, das hatte ich echt Punkt. Ihr seid der Wahnsinn! Ihr lieben, lieben Menschen, herzlich willkommen zu unserer sechsten Volksversammlung hier in Blauen. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Menschen, ob nah, ob fern, wie ihr hier angereist seid.